So, wir schauen uns noch mal eine Mengengleichheit an, und zwar die folgende. Ich behaupte mal was, okay, und das kann richtig sein oder wahr sein oder falsch sein, müssen wir uns mal mit befassen. So, und zwar A vereinigt B geschnitten C ist gleich A vereinigt C geschnitten B vereinigt C. Okay, das ist jetzt eine Aussage, die kann stimmen oder nicht stimmen. Und gerade bei Mengen und Mengengleichheiten ist es oft sinnvoll, sich das mal in einem Wenn-Diagramm zu veranschaulichen, um erstmal ein Gespür dafür zu kriegen, stimmt das denn oder nicht. Das können wir ja mal machen. Zeichnen wir mal die linke Situation auf. Nehmen wir drei Mengen hier hin. Wenn-Diagramm für drei Mengen, sieht ja so aus hier. A, B, C. A vereinigt B. Was ist A vereinigt B? Nehmen wir orange. A vereinigt B ist das hier. Das wäre sozusagen der erste Schritt. A vereinigt B zu bilden, das ist das. Und jetzt schneiden wir das Ganze noch mit C. So, wenn wir jetzt diese Menge mit C schneiden, dann kommt letztlich hier genau diese Menge raus. Diese Menge hier. Wir schneiden die große Menge mit C, dann ist das hier die Schnittmenge. Okay. Das ist A vereinigt B geschnitten C. Jetzt gucken wir uns mal die rechte Seite an. Na, ein bisschen eierig hier. Egal. So. A vereinigt C ist... Für eine Farbe nehme ich ihn mal. Lila nehmen wir mal hier. A vereinigt C ist A. Und C zusammengefasst. So, das ist A vereinigt C. Jetzt machen wir daneben mal B vereinigt C. Langsam nehmen wir die Farben aus. Das ist B. Und das vereinigen wir jetzt mit C. Dann können wir das hier so durchschraffieren. So. Das ist jetzt A vereinigt C und B vereinigt C. Und im nächsten Schritt muss das geschnitten werden. Jetzt gucken wir mal, welche Bereiche sind denn in beiden schraffiert. Das ist dieser Bereich hier. Dieser und dieser, aber auch dieser hier oben. So. Ja. Und jetzt sieht man, dass beide Mengen nicht gleich sind. Beide Ergebnisse sind nicht identisch. Das heißt, diese Gleichheit gilt nicht. Falsch. Ja. Okay. Angenommen, man wollte jetzt mal ein ganz konkretes Gegenbeispiel konstruieren. Dann helfen einem die Wenn-Diagramme dabei, dieses relativ einfach zu konstruieren. Und zwar folgendermaßen. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt in diesem Bereich hier. Der ist einmal mit dabei und einmal nicht mit dabei. Das heißt, wenn sich in diesem Bereich ein Element befindet, dann haben wir ein Gegenbeispiel konstruiert. Ich sag mal, wenn sich hier das kleine Element, nennen wir es mal x, wenn sich hier x drin befindet, dann haben wir ein Gegenbeispiel. Das heißt, dieses Element ist in a drin, ist in b drin, aber nicht in c. Wenn wir also folgendes Beispiel mal nehmen. Die Menge a besteht aus einem Element x. Die Menge b besteht auch aus einem Element x. Und die Menge c ist leer. Also wir konstruieren jetzt sozusagen das minimalste Gegenbeispiel für diese Gleichheit hier oben. Wenn wir das so fassen, dann ist die linke Seite a vereinigt b, geschnitten c, ist dann gleich a vereinigt b, ist x, die Menge mit x, geschnitten mit c. Wenn ich die Menge mit dem Element x mit der leeren Menge schneide, kommt die leere Menge raus. Hier haben wir jetzt auch konkret kein Element drin. Rechts allerdings a vereinigt c, ist gleich a vereinigt c, ist gleich diese Menge. b vereinigt c, ist auch diese Menge. Und wenn ich die dann schneide, wenn ich diese Menge mit dieser Menge schneide, kommt letztlich auch x raus. Also a vereinigt c, geschnitten b vereinigt c, ist dann gerade die einelementige Menge mit dem x. Also genau das, was hier gerade grün schraffiert ist. Die grün schraffierte Menge ist die Ergebnismenge, da steckt nur ein Element drin. Hier ist die blaue Menge, da steckt gerade in diesem einfachen Gegenbeispiel keins drin. Das ermöglicht einem relativ einfach, Gegenbeispiele zu konstruieren.